so hallo die testaufnahme war wie immer erfolgreich ich habe heute wir machen übrigens weiter bei super mario maker 2 ich habe heute vor der liebe counter hat mir ein level geschickt nicht von ihm sondern eins wo er möchte dass ich seinen rekord breche wenn er noch da ist gucken wir mal so und 9 gg und er hat geschrieben 58 sekunden oder so wenn man das kann was da gefordert ist geht das deutlich schneller also keine ahnung was da kommt wenn es komisch ist das gleich wieder weg just a level 2 von kev dr okay sein rekord ist noch da abschlussrate 1,94 prozent wobei da eben counter dabei ist insgesamt haben fünf leute gespielt naja gucken wir mal was da los ist ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt und dann habe ich ein level von aggressor über twitter geschickt bekommen da muss ich dann auch mal reingucken so das geht ja schon mal nicht gut los okay normaler sprung ist wahrscheinlich schlauer ob es so einfach mal rüber okay 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 nützt mir das irgendwas nein ja hä hä und wie komme ich jetzt hier muss doch irgendwas sein dass ich da was auslösen kann ich habe doch gar nichts ich habe doch keine shell und nix soll man mit denen irgendwas anstellen können ich verstehe hä ich verstehe ich habe keine ahnung wie was man hier tun soll was macht der eigentlich geht der der geht nach der geht nach unten also gucken wir uns mal die pfeile an der pfeil hier sagt hoch ach da ist ein gut das ist schon mal eine neuerung die uns hilfreich ist nützlich ist hilfreich ist ja so was haben wir jetzt hier um 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 wie kriege ich die shell wieder zurück oder ist hier noch eine da ist doch nur der eine und wenn ich die shell darüber kriege ist die weg Da muss noch eines sein Ah, ja, 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 ich sehe auch wo Ich sehe auch wo, ich habe es verstanden Oh mein Gott, ich habe es verstanden Da muss man erst mal drüber nachdenken, was da los ist Ach, Mist So, jetzt aber Zack, tschüss Und dann ist hier drüben Da ist nochmal ein Pfeil, dann ist da nochmal eine Schelle Und dann schmeißt man die zurück und dann ist wieder rot Eieieieiei Und dann müssen wir gucken, was weiter los ist So Dankeschön Und zack Und durch So Da drüben ist das Ziel Hm, okay Das müssen wir uns alles erst nochmal in Ruhe angucken wieder Aber das funktioniert jetzt schon mal Ah Nein Dang it Oh, habe ich aber jetzt noch Hilfe Ja Nimmt's auch auf Ja Ton auch Ja Ja Null So So Also da Ich muss durch die Röhre Okay Weiß nicht, ob es diese Röhre hier ist Aber wir probieren sie halt mal aus Ne Oh no Nicht die Aquare Oh mein Gott, das kann ich überhaupt nicht Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht Aber dann kann man das mal üben Das habe ich noch nie so wirklich bei mir gesehen Das kann man mal üben Es ist immer eine große Bombe Ich weiß gar nicht, ob es mit einer kleinen auch geht Nein Come on Aber wenn man Nein Aber wenn man da mittig bleibt, geht das sogar ganz gut Das ist gar nicht mal schwierig Nice Das ist die Röhre jetzt ins Ziel oder was Ja, genau Alles klar Okay Na gut, dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir schneller als Counter werden Dafür muss halt der Teil in der Mitte sofort funktionieren Mit ein paar Anläufe, dann sollte das hingehauen, dass wir mal Oh, wir sind jetzt schon schneller Okay, aber das Dann holen wir uns da noch einen etwas besseren Rekord So Night Night Ach Dang it Und schon ist der Rekord hinüber Also einen Rekord kriegen wir immer noch, wenn ich es jetzt sofort schaffen sollte Aber Es hätte halt besser Ach Komm schon Es hätte halt besser sein können Schade Aber den Rekord von Counter haben wir jetzt ja schon Also eigentlich Ja, was will ich denn mehr Ist noch deutlich ausführbarer Na ja, man muss einfach nicht sterben Dann hat man schon den besseren Rekord Man muss einfach nicht sterben Na ja, gut Na ja, gut So, ich schreibe kurz easy So Dann zum Level von Aggressor Er hat auf Twitter geschrieben Oh Gott, das ist jetzt schon so lange her Oh nein, ich hätte mir den Tweet speichern sollen Jetzt muss ich da den ganzen Mist runterscrollen Von dem ganzen Vollidiot, mit dem ich geschrieben habe Da 1,7b Und er schreibt dazu Ich habe dieses Level bei Winnie gesehen Wer immer das ist Beziehungsweise nur den Anfang Ich habe mich gefragt, ob du selber auf den Trick kommst Wie das Level Beziehungsweise nur der Anfang funktioniert Also kann es sein, dass es ganz schnell wieder vorbei ist Aber hey Und sowas reizt mich natürlich, wenn ich sowas lese Also 1,7b 3,4g Und äh 8,3g 3,3 3,3 Letzige Legend of Zelda Das klingt doch schon mal großartig Wenn es ein Zelda Level ist 2,5 5 Sekunden Okay Ich mache mal kurz wieder mein OBS auf Dass ich sehe, dass alles noch in Ordnung ist Es ist alles noch in Ordnung Ja, dann kriegen wir schon mal ein Schwert Und dann muss ich irgendwie den Fall minimieren, ja Was kann ich tun? Wie kann ich den Fall verlangsamen? Offensichtlich kann ich den Fall verlangsamen Ich habe eine Idee Das ist bestimmt wie dieses runterdrehen Kann ich den immer wieder canceln? Den schlag oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ha Aber ich muss den ja erst auslösen Wenn ich das da oben schon mache Nützt mir das ja gar nichts Aber da oben kann ich es üben Nee Ich wollte das irgendwie canceln Dass ich sozusagen Schlag runter Schlag runter Schlag runter Das geht bestimmt irgendwie Wartet mal Nein Mit irgendeiner Taste kann ich das bestimmt canceln Aber wie? Nochmal hier testen Nein Nee Vielleicht geht es auch doch nicht Wie kann ich langsamer fallen? Oder kann ich den Swamp attackieren Mit meinem Schwert Dadurch irgendwie Aber das müsste dann ja da durchgehen Tja, ich muss hinter den Trick kommen Ich habe mich gefragt, wie du selber auf den Trick kommst Das heißt, es muss ja den Trick geben Aber rennen wird auch nicht nützen Wie soll ich in der Luft rennen? Den Swamp dadurch angreifen Hat auch nicht wirklich funktioniert Wie ich mir das vorgestellt habe Kann ich mit den Pfeilen irgendwie Gegen die Wand oder so? Keine Ahnung Und dann muss ich ja aber Es auch noch schaffen Ich meine der P-Switch Die Tür meine ich Die ist ja Die ist ja mitten in der Luft Wie kann ich denn da gleichzeitig stehen Und durch die Tür gehen? Dafür müsste da ja irgendwie eine Plattform hin Bomben haben wir schon gesehen Kann ich nicht mitnehmen Ich muss irgendwas in die Lava befördern Was kann ich denn mit Link noch alles anstellen? Das war es doch eigentlich schon Was selbst wenn ich den P-Switch gedrückt bekomme Es taucht ja nicht plötzlich ein Block Oder ist ein Block drunter Das kann sein Noch mal hingucken Wollte ich nicht Oh es geht doch genauso Es geht doch genauso In dem Moment wo der fällt Und ich den Dings ansetze Den nach unten Fällt der ein Stück weiter Aber dann muss ich den wieder canceln können Wie cancel ich den wieder? Das geht doch nicht so Aber wie gesagt Selbst wenn ich den P-Switch ausgelöst bekomme Wie komme ich zur P-Switch Tür dann nochmal rüber? Brauche ich habe keine Ahnung Ich kann es doch wieder canceln Siehst du? Wie habe ich das jetzt gerade gecancelt? Was habe ich getan? Okay Was habe ich getan Um es zu canceln? Das muss ich ein paar Mal Ich glaube das muss ich da unten irgendwie Spamen dann Irgendwie so ein bisschen Oh Gott Wie habe ich den gecancelt? Ich brauche ein Level wo ich das üben kann Ich brauche ein Level wo ich das üben kann So jetzt kommt hier Jetzt kommt hier der Trick 17 Kriege ich den Ja, 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 ja Nee, danke Das da Dann Das da Dann Gar nicht Nee Nee Nee, geh heim Wo kann ich denn jetzt nochmal Oh Gott Wo kann ich denn jetzt die Eigenschaften vom Level verändern? Nein Nein Irgendwo konnte man doch die Eigenschaften vom Level verändern Aber ich weiß nicht mehr wo, ne? Das ist das Limit Achso, das ist alles nur Nur Zielbedingungskram, ne? Das ist es auch nicht Muss ich das hier machen? Aber hier oben ist doch Oh Gott Wo geht das denn? Geht das in Super Mario Bros? Nee, wartet mal Hier würde es auf jeden Fall gehen Vielleicht geht das in Super Mario Bros nicht Was ist hier? Was, was, wann, wann kriege ich diese Optionen? Was ist das? Nee Ich bin zu blöd Wie geht das denn? Wie mache ich denn ein vertikales Level? Hilfe Die Option gab's doch Aber wie? Geh weg Nein Oh Gott Ich kann's nicht mehr Lass mich in Ruhe Ich will zu Nein Ich will zurück in die Ja, da will ich hin Aber Bewegung spielt sich doch was an Das ist doch Hä, wo kann ich das denn einstellen? Das muss doch sofort zu finden sein Leute, bin ich komplett dumm? Ich meine in SMW gibt's auf jeden Fall Ich muss das erstmal in SMW ausprobieren Weil falls es keine vertikalen Level in SMW gibt Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte Aber hier muss es vertikale Level geben Wie ist so kalt Gib mir Spielanleitung Das ist der Anfangspegel Das ist wieder was ganz was anderes Ach, das ist das Wasser Scrolling Wie gut Scrolling haben wir ja nicht Ach, nur der Unterbereich kann vertikal sein Aha Again what learned So, das heißt also Ich brauch ne Röhre Jetzt Ah, lass mich da rein Oh Ich hasse Ey, ich hasse es so mit diesem Controller zu bauen Ah, halt die Klappe Ich will ne Röhre bauen Danke Das war ne schwere Geburt So Und diese Röhre Ist ein Nein, 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 nein Wie geh ich denn Hä? Jetzt So, das ist so ne Röhre Gut, und der ist jetzt vertikal Meine Herren War das ne schwere Geburt Jetzt lass mich halt erstmal da hochfahren Kann ich das nicht kleiner machen? Nicht verarschen So Hä, das ist doch Habe ich es falsch rum gemacht? Ah So Und jetzt verschieben wir die Röhre da hoch Wo sind die Röhre jetzt? Da War mit Die Röhre soll mitkommen Meine Güte So Jetzt gehen wir ins Hauptding zurück Und setzen hier noch ein Schwert vorher hin Meine Güte Wo ist denn das Schwert? Wir kommen der Sache näher Ne, das sind Vorrichtungen Das ist das Blödsinn Items da Da muss doch ein Schwert jetzt mit zur Verfügung sein Nein Was habe ich getan? Die Röhre ist noch hier, ne? Ja, okay Nein, will ich nicht Geh, geh, lass mich in Ruhe Wie setzt Ich kriege jetzt mein Schwert her Hier sind die ganzen Items Aber, 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 aber das Linkschwert ist nicht Das muss doch bei SMB auswählbar sein Wahrscheinlich so nicht Ja, guck mal Hier sind die Neuen Das sind sogar extra markiert Hier auch Aber das Schwert nicht Das sind die Neuen Pau-Blöcke Hä, das muss doch da drüben dabei sein Ich meine, ich kann ja auch erstmal den Pilz setzen Jetzt bin ich schon wieder da Oh, jetzt ist der Finger wieder raus Wie krieg ich Meine Fresse Wie krieg ich jetzt den Finger da wieder rein So Oh, ist das eine schwere Gebotiertes Mal So, zack Kann ich den jetzt umändern Zu einem Aha Den kann ich zu einem Schwert umändern Finally So, jetzt gehe ich da rein Jetzt können wir den freien Fall üben Aber das Ich fall ja trotzdem gleich schnell Ich ändere ja meine Geschwindigkeit nicht, ne? Ich ändere ja meine Geschwindigkeit nicht Hä? Wieso starte ich denn jetzt hier? Ah, nach oben ist es Ah, ja Nach oben ist es Okay Okay Okay, nach oben muss ich drücken Dann, dann cancel ich Nach oben canceln Und nach unten wieder starten Das muss dann die Lösung sein So, komm her Das haben wir jetzt aber hier uns uns hart erarbeitet Mal gucken, ob es funktioniert Also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Ja Vielleicht schneller Scheiße Ich hab jetzt Pfeile geschossen Boy Ich würde erst mal gerne sehen, was passiert, wenn du den Peacewitch drückt Vielleicht ist es denn da ja Blöcke oder sowas Vielleicht ist es denn da ja Blöcke oder sowas Ja Das sind halt wirklich Blöcke Worth it Worth it Worth it Jede, jede, jede Sekunde, die ich da gerade reingesteckt habe, ist es wert Meine Herren Und sogar Okay, das kriegen wir besser, weil ich hab gestruggelt bei der Röhre Das kriegen wir besser hin Alter Okay Erstmal kann man ja am Anfang fallen Man musste den ja erst auslösen und dann loslegen mit dem Quatsch Ja, fast Nice Und gleich in die Röhre Nice Gut Nehm ich Passt Wackelt und hat Luft Ah Was ein Quatsch Mensch Das war das Danke Count und Aggressor Das war ein ganz großartiges Level Mensch Das war das Das ist passiert Das war dieser Part Danke fürs Zuschauen Und tschüss Und es geht die Röhre Das war das S S S Die Vielen Dank.